Musik Jo, hey Leute, hier sind wieder eure Shill Games Jo Möchtest du noch was sagen? Ich hab grad nichts zu sagen, außer dass wir jetzt Bad Wars spielen Auf der Map Antique 4x2 Das ist der erste Tag der Doppelwoche Zweites Video, das heißt danach habt ihr erstmal eine Woche Ruhe Werden wir dazwischen was bringen? Ich glaub nicht, oder? Eine Woche, ein Tag Äh, ein Tag? Ja, das ist das letzte Video des Tages Werden wir dazwischen was bringen? Dann wird's aber was anderes sein, also das hat nichts mit Bad Wars oder Sky Wars zu tun Dann bringen wir irgendeinen anderen Shit Handy halt der Maul So kann man das natürlich auch sagen Welche Hurensohn schreit mir jetzt an Ach, ich hab ne E-Mail bekommen Ich bekomm 500 E-Mails am Tag Wer von euch irgendeinen Server kennt, wo man Fastbitchen lernen kann, der schreibt uns den bitte in den Kommentaren Ich will das gar nicht lernen Ja, ist doch geil Ich bin Mitte Ich komm zurück, ich hab 4 Gold Save das und baue das Bett zu Mach ich Und ich baue mal hinten hoch Und ich baue mal hinten hoch Scheiße, du droben? Ja, ja, aber der kann nicht mehr viel HP haben, das heißt ich hole mal den Schlag ihn jetzt runter Ich laufe mal einfach durch zu grün Ach, scheiße, hat nicht sie gern Bau dich erstmal rüber zum Dings Eisen Ähm Geld macht zum Beispiel gar nichts Und ich hab die mit Ich wünsch mit einfach, dass einmal Gold kommt Dann hast du auch Bogen und dann Baust du dich denn erstmal rüber zu Dings, bitte? Wohin? Zum Eisen? Ja, mach ich dann, aber ich will nochmal Ne, ich geh lieber Ich geh doch lieber So, Bogen, 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 Bogen Bau dich doch selber zum Eisen Ich mach das Bett gerade Ja, scheiße aufs Bett jetzt erstmal, erstmal Eisen Du hast das Bett doch schon ein bisschen zugebaut Er ist noch nicht genug hier Scheiße drauf, da kommt jetzt eh gerade keiner Gib mir ne Spitzhacke Spitzhacke, ich geh zu grün Ich hab kein Ding Ich hab keinen Hol dir die selber Hä? Achso, ich hab keine Schule gekauft Man verpiss dich, Hose Ich brauch dich nicht Na und? Alter, kann ja nicht sprinten Was ist das für ein Pink-Spieler, Alter? Warum? Das war nicht unser, das war grün Bist du grün gerade? So, jetzt haben wir nur noch wir und Gelb Ich hab nen Kill Ich hab grad rot vernichtet Finde ich gut Ja, gelb macht ja nicht Sie campen ja nur in der Base Ja Das heißt aber, sie haben auch kein Gold, oder? Und von grün lebt nur noch eine Ich würd sagen, wir schalten erst grün aus Während ich gelb beschieß Und der Beobachte Schaltest du grün aus Und dann campen wir uns gelb fertig Ja, ich hol mir das Das Problem ist Jetzt wird das zum Hase- und Fuchs-Spiel Wenn wir Pech haben Oder wie man das nennt Hase und Maus Äh, Katze und Maus Ich hab ein Eisenschwert für dich Äh, kein Eisen Ein normales Schwert für dich Ich hab schon ein Eisenschwert Hast du noch eins? Nein, ich kann dir das und das geben Ich kann dir zwei davon geben Hä, wieso das denn? Pass auf, da ist da jemand in der Mitte Der Grüne war grad in der Mitte Hat sich Gold geholt Pass einfach auf, dass du nicht Dass er dich nicht holt Ich hätte da ne Idee Ich würd mich rüber bauen zu grün Nein, nein, nein Und zu, was willst du bei grün? Den killen, damit wir den schon mal Nicht mehr im Nacken haben, weißt du? Ja, den kann ich doch holen Ich hab Eisenschwert Wo ist der Typ? Der ist wieder rüber gegangen Der hat sich gerade einmal Die ganze Mitte Gold geholt Der schießt Der verschanzt sich da vorne Oder bist du das? Ich würd mal sagen Gerade läuft das doch gar nicht so schlecht Für uns, oder? Komm Liegt dir in der Mitte Gold? Ich hab ihn einmal getroffen Hast du Gold in meinen Tag? Ja, vier Gib mal bitte gleich Ich hab ihn gerade Ich hab ihn gerade Okay, brauchst du mich Hab ihn Wir sind richtig gut drauf Hast du Gold geholt? Nein, ne? Doch Ich kämpf mich da richtig ein Das heißt, wir müssen uns gut equipen Ich hab noch nicht mal Rüstung Fällt mir mal gerade auf Ich bin die ganze Zeit nackig umgelaufen Ich hab hier ne Kiste hingestellt Wo was drin ist noch? Ich spare jetzt einfach auf ne Enderperle Und dann porte ich mich rüber Oh Mann, nee Oder hol ich mir einen Stärketrank? Weil die können ja keinen Bogen haben Das heißt, die können uns Die haben keinen Bogen Können sie ja nicht Die waren nämlich in der Mitte Das heißt Aber, dass wir uns rüber bauen können Aber ich nehm lieber ne Enderperle Und ne Stärketrank Nein, gib mal bitte Gib mal bitte erstmal Kannst du bitte erstmal Acht Dings geben? Acht Gold? Wofür? Goldäpfel Nein, ey, die brauchen wir nicht Wir sparen einfach auf ne Enderperle Und einen Stärketrank Lass mich erstmal sparen Alles gut Ich hol mal ne Enderperle Und geh gleich rüber Also gib mir das Gold Wenn du was hast Ja, hier hast du Ich brauch noch zwei Gold Dann kann ich rüber gehen Die haben ihr Bett nicht so zugebaut Die sind nicht so perfekt Das heißt Und dann Nein, 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 nein Bleib mal hier Bleib hier, bleib hier Bleib doch mal hier Bleib hier Warte kurz Warte kurz Ich hab ne andere Hier sind übrigens noch Zwei Gold in der Base, glaube ich Ich hab hier doch ne Kiste hingestellt Hä, hier sind noch drei Gold Na gut, dann komm ich Hol mir die Und du baust dich Du baust dich vor Ich wollte mich rüber bauen Jetzt hier von hier Weißt du, du kannst dich doch so schräg rüber bauen Und dann von hinten ran da Wenn du vorne läufst Ja, das ist so ne Art Aber Lass das Bau dich einfach von vorne ran Das ist auch ganz gut Weil Dann baust du dich Und diese konzentriere ich auf dich Und ich baue mich dann mit ne Enderperlen Ich hole und werfe dann die Enderperle Warum, ich kann mich doch von hier Und du Und du passt dann auf Weil die Enderperlen Ich geh dir hinterher Bau bitte ordentlich, Alter Ich hab Angst, dass ich runterfall Komm mal weg, komm mal weg Warte Komm mal weg Okay Jetzt baue einfach zweispurig Zweispurig Warte mal, du baust von da Ich geh von der Mitte Sneak du auch, damit die deinen Namen nicht sehen Wenn du hier stehst Ich geh nur in die Mitte Ich geh von der Mitte Damit du, du, du stellst dich dann hin Und machst Hüpf sogar noch rum Damit die auf dich aufmerksam werden Und dann geh ich rauf Nein, warte Ich baue mich hoch ein bisschen Damit die mich alle sehen Damit die sich auch ein Stück hoch bauen Und dann kannst du werfen, okay Wie weit muss ich noch Weiß ich nicht, warte Oh, ich hab grad Schwester Noch ein Stückchen Bau du dich auch ein bisschen hoch Bau du dich auch ein bisschen hoch Aber nur ein bisschen Die haben das so zugebaut Dass du dich da kaum mit deiner Perle hinwerfen kannst Doch, geht jetzt Aber erst wenn ich da bin, ne Ja, ja Also ich glaube, ich hab dick genug den Weg gebaut Also falls wir sterben sollten Bau, 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 bau dich mal Bau dich mal richtig, bau dich mal richtig zu dir in den Eisen Dass die wirklich zu dir hinkommen Zu dem Eisen? Ja, dass die wirklich zu dir kommen Du dann wieder zurück rennst Und ich dann mit deiner Perle hingehe Eisen, ja Hüpf mal ein bisschen Gleich Warte kurz Die haben von oben auch komplett zugebaut Du kommst hier nicht rein Du musst aufbauen Ich komm hier rein Ich kann euch mit deiner Perle durch den Eingang durchwerfen Du musst jetzt nur ein bisschen hüpfen, damit die dich sehen Greif an, greif an Wir greifen an Los Los Schlag sie, schlag sie Hey, die haben sich gar nichts gebaut Bett ist down, Bett ist down Der geht jetzt, der ist runtergesprungen, glaube ich Tot Vier Kills hab ich, alter Ich würd sagen, das war's mit der ersten Mit dem ersten Tag von der Doppelwoche Dann würd ich sagen, sehen wir uns dann in zwei Tagen wieder Und dann würd ich sagen, ciao Ciao, ciao